Guten Tag, liebe Gäste, ich darf euch im Namen der Presse und der Musikanten recht herzlich begrüßen. Hier in der wunderbaren O-Schnitthalle, die Plätze füllen sich langsam. Wir starten jetzt durch zum siebten, glaube ich, das siebte Startbierfest. Uns freut es, dass wir natürlich mit dabei sein dürfen. Wir machen jetzt ein bisschen beiisch-bimmische Blasmusik für euch zum warm werden. Ihr trinkt es kräftig, esst kräftig und bei uns geht es weiter mit unserem Begrüßungsstück. Grüß Gott, ihr Freunde, also die Presse und Musikanten. Viel Spaß!